Ihr braucht nur zu fragen Hüt keine Wärme Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Für euch tu ich mit Vergnügen Worum geht wie ihr wünscht Okay, was liegt hier? Wenn das euer Wunsch ist Sucht keinen Kommen Falle nicht entschärft Wie bitte? Ein Heiltrank Au Nolaksturm ist furchtbar Ganz besonders dieser Abschnitt hier Ja So ein bisschen Geld Wie kann ich helfen? Das wird kein schneller Oh, klopfen Kannst du klopfen? Ja, du kannst auch klopfen Gut Wie ihr wünscht Worum geht es diesmal? Ja, aber natürlich Schätzchen Ja, ihr braucht nur zu fragen Für euch tu ich, wenn das euer Wunsch ist So, jetzt müssen wir warten, bis wir die falle Die ist ja etwas schwierig Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht? Wie ihr wünscht Ich fühle mich aber natürlich, Schätzchen Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht Okay, die Falle da oben, die will einfach nicht gefunden werden Ja, mein Schatz Ja, wie ihr wünscht Ein Heiltrank Den schmeißen wir im Wasserfahren darüber, dass sie ihn dringt Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Hatsen sehen, darum kümmern Noch ein Heiltrank Und noch ein Heiltrank Für euch Aber natürlich Schätzchen Worum geht es diesmal? Ich fühle mich so sehnlich Ich kann jetzt gerade nicht speichern Wegen der Giftwolke Ah ja, wir haben so gut wie alles hier aufgedeckt Außer den Raum da unten Ja, Mann Wenn das euer Wunsch ist Noch mehr Munition Einster Bolzen Weißende Bolzen Und noch mehr Gewitterbolzen Das ist übrigens die Falsche Für euch Wenn das euer Wunsch ist Die suche ich Schlüsselstein Ich habe doch die Falle entschärft Mann Müssen wir wieder warten Erst bis die Giftwolke weg ist Dann müssen wir uns noch mit den Schicksalswachen hier anlegen Dann geht vielleicht noch die Tür hier auf Ich fühle mich so sinnlich Okay Wenn wir da drin bleiben Nichts gut Noch mehr Meisterdiebeskunst Da spielen wir uns gerade etwas zu gut mit uns Ja, mein Schatz Wer hat hohe Rettungswürfe gegen Gift Elf Elf Zehn Zwei Das ist gut Zwei ist gut Wie kann ich helfen Ich habe keinen Bock zu reden Dann schmeißt du mal ein bisschen was raus Sicher Okay, soviel zu den Rettungswürfen Kugeln Pfeile plus eins Noch mehr Kugeln Selbstverwandlung Nicht schlecht Ich brauche Ich brauche kein Warum denn Ich brauche kein Kegain ist ziemlich Ja Komm, nervt jemand anderem Angeschlagen Wie kann ich helfen Ist nicht gut, wenn wir uns gleich mit Ausgangsschlüsselstein Ebene zwei Ich kann das Spiel wegen den scheiß Wolken Jetzt gerade nicht speichern Ich brauche ein Bier Ja Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Jetzt konnten wir speichern Gott sei Dank Oberflächenbewohner können so dumm sein Erkennt meinen Wahnsinn Ja, das hier ist eine Fake-Treppe halt Ich weiß gar nicht mehr, was macht denn die Genau, die portet mich einfach nur zurück Für euch, wenn das euer Wunsch ist Okay, hier brauchen wir doch mal einen Trank Gehen wir das mal zurück Und lassen das ein bisschen auf dem Boden legen Dass wir Platz haben Genau, weil wir pissen jetzt alles hier an Und ich bin ja eigentlich gewillt, meinen Abstecker nach oben zu machen Um Zeug zu verkaufen Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen Was ist es diesmal? Nera, Feuerball Ist meine Heimat hier ähnlich? Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen So, Nera hat ihren ersten Zauberstab aufgebraucht Bleibt zurück und gebt acht Sagt, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt Sprinnen Kommt, ne, warum denn ich Ich, äh, äh, sicher Ich versuch, Schritt zu halten Na, kommt Das wird kein schneller Sagt, das wird kein schneller Tod Worum geht es diesmal? Mir fällt gerade so ein Klasse hier Stufe 1 bis 14 Also da hat sich bis jetzt nichts dran geändert Erst von 15 bis 19 Würde sich was ändern An meinem Lied Sind die Munen gegen Furcht auch noch auf ab 15 Und sogar gegen Furcht, Betonung und Verwirrung gab es 20 Ja, und Taschendiebstahl braucht ein Skalde nicht Ja, mein Schatz Was haben wir hier? Kiel's Tatsche Du kannst zwar kleine Schilde nehmen Okay, das würde die Rüstungsklasse um 1 senken Aber deine Geschicklichkeit nochmal um 1 erhöhen Würde dir aber nicht viel bringen Nö Kiel's Morgenstern Kann nur durch Fluch brechen Wieder abgenommen werden Träger verfällt in Raserei Nett Kiel's Tatsche Kiel's Tatsche Vielen Dank.